Wenn die Fahrt in die Stadt gleichzeitig zum unkomplizierten Ladestopp wird, ist WeCharge im Spiel. Über die Points of Interest kannst du dir unterwegs Ladestationen anzeigen lassen. Auch praktisch, während du auf dein Ziel zusteuerst, siehst du alle Ladestationen im Umfeld. Per WeConnect-ID-App geht das übrigens auch. Ladestationen des WeCharge-Netzwerkes und Preise anzeigen lassen. Europaweit geht es an über 150.000 verfügbaren Ladepunkten. Laden ist leicht. Das notwendige MOT3-Ladekabel für öffentliche Wechselstrom-Ladesäulen ist serienmäßig bei deinem ID dabei. Ladekabel an die Ladesäule anstecken, mit der WeCharge-Karte authentifizieren, Ladekabel mit dem Auto verbinden, fertig. Mit der WeConnect-ID-App behältst du den Ladevorgang im Blick. Optimal ist übrigens ein Ladestatus von 80%. Den Ladevorgang stoppen. Ganz einfach. Entriegele deinen ID.3. Der Ladevorgang wird automatisch gestoppt und du kannst das Ladekabel abziehen. Beachte aber auch die Hinweise auf der Ladesäule. Denke an dein Kabel und schon geht's mit neuer Energie zurück auf die Straße. Der Ladevorgang stoppen. Ganz einfach. Du kannst das Ladevorgang die Ladevorgang stoppen. Ganz einfach.